Eieieieiei, nicht gut, Kollege, was seht denn da? Ah, fleißig am Reparieren schon wieder. Wie oft hast du das schon gemacht auf die Tour nach Russland? Mensch, der kommt aus Nürnberg, der gute Mann. Naja, ich bin nur aus Berlin und hab auch eine gute Tour hinter mir gehabt. Ja, wir sind hier schon kurz vorm Nordkart. Ich meine, mein Motor läuft noch. Ich weiß ja nicht, was BMW da schon wieder falsch gebaut hat. Ich weiß ja nicht, die können halt einfach keine Motore bauen. So ist das halt. Tja, Kollege, dann mach mal fleißig weiter da. Ich würd einfach mal abdüsen und nur so als Tipp, benutzt nicht das falsche Motoröl. Das ist nicht so gut. Nicht so gut, Kollege. Also haut drin. Wir sehen uns.